Die Boeing P-26, allgemein bekannt als P-Shooter, gilt als das erste Ganzmetall-Kampfflugzeug, das in den Vereinigten Staaten hergestellt wurde, und gilt als eines der legendärsten Jagdflugzeuge der Zwischenkriegszeit. Während ihrer Entwicklung vereinte die P-26 traditionelle und moderne Design-Philosophien und spiegelte damit die damalige Übergangsphase in der Luftfahrt wieder. Die Wurzeln des Flugzeugs lassen sich bis ins Jahr 1931 zurückverfolgen, als Boeing den Designprozess für das damals als Boeing-Modell 248 bekannte Modell einleitete. Ursprünglich startete Boeing dieses Unterfangen als Privatinitiative mit dem Ziel, durch die Kombination seiner Ideen mit den vom Army Air Corps vorgeschlagenen Funktionen einen neuen Jägertyp zu schaffen. Überraschenderweise zeigte die Armee Interesse an dem Projekt, in dem sie den Bau von drei Prototypen finanzierte und Motoren und Ausrüstung lieferte. Obwohl der finanzielle Beitrag auf lediglich 1.000 US-Dollar begrenzt war, blieb das Projekt in erster Linie ein privates Unterfangen von Boeing. Im Laufe des Jahres 1931 und Anfang 1932 wurden die drei Prototypen mit der Bezeichnung XP 936 entworfen und gebaut. Der Erstflug fand am 20. März 1932 statt. Danach wurden die Prototypen zu Testzwecken an verschiedene Orte geschickt. Die Armee bewertete das erste Flugzeug in Ritefield, die Marine bewertete das zweite in Anacostia und das dritte wurde in Selfridge Field einer Diensterprobung unterzogen. Die Ergebnisse dieser Tests waren äußerst positiv und führten dazu, dass die Armee am 15. Juni 1932 im Rahmen eines Vertrags zwei Flugzeuge kaufte und sie als XP-26 umbenannte. Anschließend erhielt es die Dienstbezeichnung JIP-27, bevor es während seiner gesamten Betriebsdauer schließlich die Bezeichnung P-26 annahm. Boeings ursprüngliche Vision eines fortschrittlicheren Flugzeugs wurde durch Budgetbeschränkungen der Armee behindert. Infolgedessen wurde der Entwurf des Prototyps P-26 zu einem Kompromiss zwischen verfügbarer Technologie, finanziellen Einschränkungen und unterschiedlichen Ansichten innerhalb des Militärs zur Flugzeugentwicklung. Das bemerkenswerteste moderne Merkmal des Flugzeugs war ein Ganz-Metall-Monokok-Rumpf, der es von vielen zeitgenössischen Flugzeugen unterschied, die über einen stoffbezogenen Rumpf mit Metall- oder Holzrahmen verfügten. Andere Aspekte des Designs waren jedoch konservativer. Beispielsweise waren die Flügel mit Drahtstreben versehen, im Gegensatz zu den freitragenden Flügeln einiger zeitgenössischer Designs. Das Antriebssystem bestand aus einem Neunzylinder-Prat-Whitney-Motor, der einen einfachen Zweiblattpropeller mit fester Steigung antreibt. Das Cockpit war offen und das Fahrwerk repariert. Leider war die P-26 nur mit einem Maschinengewehr vom Kaliber .303 ausgestattet, was selbst für die Standards der späten 1920er Jahre unzureichend war, obwohl Vorkehrungen für ein zweites Geschütz getroffen wurden. Trotz seines relativ konventionellen Designs hatte der P-26 einige Vorteile. Die drahtverstrebten Flügel trugen zu einer leichteren Flugzeugzelle bei und erzeugten weniger Luftwiderstand im Vergleich zu den starren Streben bei Doppeldeckern. Das feste Fahrwerk erhöhte zwar den Luftwiderstand, kompensierte dies jedoch durch geringeres Gewicht und strukturelle Einfachheit. Darüber hinaus bot das feste Fahrwerk einen robusten Ankerpunkt für die Drähte an der Unterseite des Flügels. Der hintere Teil des Fahrwerks bestand aus einem paar Rohrstreben, die mit den vorderen und hinteren Flügelholmen verbunden waren und so das Design des Flugzeugs vervollständigten. Das Fahrwerkssystem der P-26 bestand aus Flugdrehten, die an einem Scheitelpunkt befestigt waren, und das Landerad drehte sich um diesen Punkt. Ein Stoßdämpfer verband die Radachse mit dem vorderen Landeholm und absorbierte den Aufprall bei der Landung. Nach erfolgreichen Tests bestellte die Armee 111 Produktionseinheiten mit der Bezeichnung P-26A oder Boeing-Modell 266. Die Bestellung wurde später auf insgesamt 136 Flugzeuge erhöht, wobei weitere Einheiten als P-26B und P-26C Varianten fertiggestellt wurden. Obwohl die P-26A den Prototypen ähnelte, wurden einige wesentliche Änderungen vorgenommen. Die neue Version wurde von einem verbesserten Pratt-Whitney-Wasp-Motor angetrieben und leistete 600 PS im Vergleich zu 522 PS des Prototyps. Die innere Flügelstruktur wurde überarbeitet, um die Festigkeit und die anhaltenden Gehlasten zu erhöhen und so die agilen Fahreigenschaften weiter zu verbessern. Die P-26 war auch das erste US-Militärflugzeug, das mit einem Funkgerät ausgestattet war und über an den Flügeln montierte Schwimmhilfen für Wassernotfälle verfügte. Die Bewaffnung wurde durch die Hinzufügung eines Maschinengewehrs vom Kaliber 50 neben dem ursprünglichen Maschinengewehr vom Kaliber 303 verbessert. Die P-26 war außerdem in der Lage, 200 Pfund Bomben oder 35 Pfund Bomben zu transportieren. Der Erstflug der P-26 fand am 10. Januar 1934 statt und die erste Charge von 111 Einheiten wurde Ende Juni desselben Jahres ausgeliefert. Es diente bis 1938 als primäres Frontkampfflugzeug des Army Air Corps und wurde in dieser Zeit von 22 verschiedenen Staffeln eingesetzt. Während seiner frühen Nutzungsdauer wurden einige Designänderungen vorgenommen, um Probleme zu beheben. Die ursprünglich stromlinienförmige Kopfstütze wurde durch eine höhere und verstärkte Version ersetzt, um den Kopf des Piloten im Falle eines Umkippens beim Start oder bei der Landung zu schützen. Die Hinzufügung primitiver, aber effektiver Splitflaps, die hydraulisch von einer Motorpumpe angetrieben wurden, verringerte die Landegeschwindigkeit. Bei einem Triebwerksausfall, der eine Gleitlandung erforderlich machte, war auch ein manueller Betrieb möglich. Alle im Einsatz befindlichen P-26As wurden mit Klappen ausgestattet und auch in spätere Modelle eingebaut, die im Werk hergestellt wurden. Im Jahr 1934 wurden 25 weitere Flugzeuge bestellt, von denen zwei als P-26B und der Rest als P-26C fertiggestellt wurden. Die P-26B war das erste Modell, das von Anfang an mit Flügelklappen gebaut wurde und das erste Modell, das mit einem Kraftstoffeinspritzsystem ausgestattet war. Diese Änderungen führten dazu, dass Boeing sie in Modell 266A umbenannte. Auch die P-26C verfügte serienmäßig über Flügelklappen, behielt jedoch zunächst die ursprünglichen Treibstoffvergaser bei und erfuhr nur geringfügige Änderungen am restlichen Treibstoffsystem. Nach erfolgreichen Ergebnissen mit dem P-26B wurden die C-Varianten jedoch umgerüstet, um das neue Kraftstoffeinspritzsystem zu integrieren. Für den Export wurden insgesamt 12 P-26 Flugzeuge mit der Bezeichnung Boeing Model 281 gebaut, die als erste im Kampf eingesetzt wurden. Einer wurde nach Spanien verkauft, während die anderen nach China verschifft wurden. Das spanische Flugzeug wurde abgeschossen, bevor irgendwelche Abschüsse erzielt wurden, aber das chinesische Flugzeug erlebte einen etwas erfolgreicheren, wenn auch herausfordernden Start. Vor dem Verkauf wurde ein Vorführmodell nach China geschickt. Obwohl das Flugzeug die Kantonsregierung beeindruckte, konnte es aufgrund eines tödlichen Unfalls während eines Demonstrationsfluges keine Unterstützung von Kuomintang-Beamten gewinnen. Trotz dieses Rückschlags bestellte Kenton zehn Jäger, die im Januar 1936 eintrafen. Aufgrund der komplexen politischen Umstände in der Region wechselten diese Flugzeuge schließlich in den Dienst der Zentralregierung, nachdem sie mehrmals von der kantonesischen Provinzluftwaffe abgewandert waren. Alle zehn Flugzeuge wurden in das 17. Geschwader der drei Luftgruppe integriert, das in der Nähe von Nanking stationiert war. Ihre ursprünglich weißen Außenflächen wurden in der standardmäßigen olivfarbenen Tarnung der Zentralregierung neu gestrichen. In dieser neuen Rolle absolvierte das Modell 281 seine ersten Kampferfahrungen. Am 15. und 18. August schossen sie während der Schlacht von Shanghai zwei japanische Bomber ab. Am 20. erzielten sie weitere sechs Abschüsse. Wobei eines der Modell 281 nur geringfügigen Schaden erlitt. In den folgenden Monaten nahm das Flugzeug an verschiedenen Gefechten teil. Ihre begrenzte Anzahl und unzureichende Ersatzteile beeinträchtigten jedoch ihre Wirksamkeit nach dem ersten Monat. Als immer fortschrittlichere japanische Jäger auftauchten, wurden alle Modelle 281 bis Ende 1937 ausgemustert. Die P-26 war bereits aus dem Frontdienst zurückgezogen worden, als die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Es wurde durch die Seversky P-35 und Kurtis P-36 ersetzt. Dennoch wurden einige P-26 an die Philippinen verkauft und waren in der Anfangsphase des Pazifikkrieges im intensiven Einsatz. Viele dieser Flugzeuge wurden bei den ersten japanischen Angriffen am Boden zerstört, aber zwei von ihnen, die von der sechs Verfolgungsstaffel betrieben wurden, erlangten die Ehre, als erste japanische Flugzeuge abgeschossen zu haben, ein Bomber und drei Siros. Kapitän Jesus Villamor, der zwei der Siros abschoss, wurde für seine Leistungen mit dem Distinguished Service Cross und dem Oak Leaf Cluster ausgezeichnet. Der letzte operative Einsatz des P-Shooter erfolgte innerhalb der guatemaltekischen Luftwaffe. Guatemala kaufte 1937 mehrere Flugzeuge direkt vom Air Corps, als die ersten Einheiten außer Dienst gestellt wurden, und während des Zweiten Weltkriegs wurden weitere Einheiten von Panama erworben. Fast zwei Jahrzehnte nach seiner Indienststellung nahm der P-Shooter an seinen letzten Militäreinsätzen während des guatemaltekischen Staatsstreichs 1954 teil. Trotz seiner relativ bescheidenen Kampfbilanz während seiner Einsatzzeit und seiner relativ schnellen Verdrängung durch modernere Flugzeugkonstruktionen hat der P-Shooter eine treue Anhängerschaft unter Luftfahrtbegeisterten, darunter auch mir, gewonnen. Ein Teil seiner Anziehungskraft beruht zweifellos auf seinem unverwechselbaren Erscheinungsbild, das als eines der auffälligsten Eindecker-Designs der frühen 1930er Jahre hervorstach. Die P-26 ähnelte eher einem Rennflugzeug als einem traditionellen Jagdflugzeug und verfügte über einen tonnenförmigen Rumpf und einen dominanten Sternmotor. Die P-26 verfügte auch über einige der lebendigsten Lackierungen aller Zwischenkriegsflugzeuge. Während die genauen Ursprünge dieser Designs unklar bleiben, präsentierten zahlreiche US-Staffeln ihre einzigartigen und unverwechselbaren Lackierungen. Beispielsweise trug das 34. Verfolgungsgeschwader, bekannt als Thunderbirds, die Farben Rot und Weiß, während das 73. Geschwader Rot und Gelb und das 94. Geschwader Rot und Blau trug. Heute können zwei noch erhaltene P-Shooter, beide P-26As, zusammen mit mehreren sorgfältig gefertigten Nachbildungen bewundert werden. Diese beiden Originalflugzeuge dienten zuvor in den Vereinigten Staaten, bevor sie 1943 nach Guatemala verkauft wurden. Eines davon mit der Seriennummer 33 bis 123 wurde sorgfältig in einen flugfähigen Zustand restauriert und feierte 2006 seine triumphale Rückkehr in den Himmel.